Zum Abendessen gab es mir heute gebratenen Fleischkäse mit Spiegeleiern und Bratkartoffeln. Dafür habe ich mir die Kartoffeln diesmal erstmal gekocht. Ich habe also das Wasser erstmal aufkochen lassen und habe dann nach 10 Minuten die Kartoffeln abgegossen. Und dann habe ich sie einfach in Scheiben geschnitten und dann kommen sie in eine heiße Pfanne und werden ordentlich kross angebraten. Gewürzt habe ich das Ganze noch mit einem Bratkartoffelgewürz. Wer möchte, kann hier natürlich auch noch Zwiebeln oder Speck dazu machen. Ich wollte sie aber heute einfach nur so essen. Und dazu gibt es bei mir den Fleischkäse-Klassik von Soless. Zu der Firma muss ich ja gar nicht mehr viel sagen. Ich habe sie euch schon ganz oft gezeigt. Ich bin absolut begeistert von den Produkten. 100 Gramm von diesem Fleischkäse haben gerade einmal 102 Kalorien. Ich habe mir da heute vier Scheiben abgeschnitten. Das waren dann ungefähr 160 Gramm. Und die habe ich dann bei recht niedriger Hitze in der Pfanne angebraten. Da müssen wir mal mit dem Pökelsalz ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Dazu gab es dann, wie gesagt, noch zwei Spiegeleier. So sah das Ganze dann angerichtet aus. Ich habe die Eier noch gesalzt und gepfeffert. Und dann habe ich mir das auch schon schmecken lassen.